Die EU straft Geoblocking ab, Square Enix hat drei neue Marken angemeldet und Gabe Newell verspricht neue Singleplayer-Spiele von Valve. Ich bin Natascha Becker und das sind die News aus dem Studio. Dieses Video wird euch präsentiert von The Elder Scrolls Online. Auch dieses Jahr erscheint ein neues Kapitel zur ESO. Was genau hinter dem ganzjährigen Abenteuer Tore von Oblivion steckt, schaut ihr euch am besten am 26. Januar im Enthüllungs-Event live auf Twitch an. Auch wir werden zusammen mit Bethesda das neue Abenteuer zwei Tage später am 28. Januar genau unter die Lupe nehmen. Seid gespannt, was euch dieses Jahr alles in Tamriel erwartet. Die Europäische Kommission hat Valve und fünf Publisher wegen Zuwiderhandlungen gegen das EU-Kartellrecht belangt. Valve, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media Deep Silver und Sanimax Bethesda müssen Geldstrafen von insgesamt 7,8 Millionen Euro bezahlen. Die Straftat besteht hierbei im Geoblocking, mit dem die Verlage und Steam den grenzüberschreitenden Verkauf bestimmter PC-Videospieler an Nutzer in bestimmten Ländern des europäischen Wirtschaftsraums beschränkt haben. Margrethe Vestager, die für Wettbewerbspolitik zuständige Executive-Vizepräsidentin der Kommission, sagt dazu, mehr als die Hälfte aller Menschen in Europa spielen Videospiele. Die Videospielbranche in Europa floriert und hat mittlerweile ein Wartvolumen von mehr als 17 Milliarden Euro. Die heute wegen der Geoblocking-Praktiken von Valve und fünf PC-Videospiel-Verlagen verhängten Geldbußen dienen als Erinnerung daran, dass es den Unternehmen nach dem EU-Wettbewerbsrecht untersagt ist, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken. Denn solche Praktiken verhindern, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa die Vorteile des digitalen Binnenmarktes nutzen und sich in der gesamten EU das beste Angebot aussuchen können. Square Enix hat im Dezember drei neue Marken angemeldet, die jetzt veröffentlicht wurden. Sie stehen im Zusammenhang mit Final Fantasy bzw. Final Fantasy VII im Speziellen. Es handelt sich um Ever Crisis, The First Soldier sowie das Logo der Shinra Electric Power Company. Letzteres dürfte weitgehend selbsterklärend sein. The First Soldier spielt wahrscheinlich auf den First Class Soldier und Final Fantasy VII Big Bad Evil Guy Sephiroth an. Ever Crisis ist wohl eine Referenz auf die beiden Crisis-Spiele, das Mobile Game Before Crisis Final Fantasy VII und das PSP-Spiel Crisis Core Final Fantasy VII. Was genau das Unternehmen mit diesen Marken nun vorhat, ist unklar. Gestern wurde wieder der deutsche Entwicklerpreis verliehen und das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest hat richtig abgeräumt. Das Spiel von King Art gewann in den Kategorien Bestes deutsches Spiel, Bestes Game Design, Bestes Sound und Bestes Studio. Through the Darkest of Times von Paint Bucket Games konnte Bestes Story und Bestes Indie Game für sich entscheiden. Die Preisverleihung fand online statt und wurde von Lara Trautmann, Daniel Budimann, Fabian Siegesmund und Valentina Birke präsentiert. Gabe Newell hat im Interview mit One News aus Neuseeland gesprochen und dort ein bisschen was über die Zukunft von Valve durchblicken lassen. Erstmal, weder zu Half-Life 3 noch zu Portal 3 gibt es Neuigkeiten. Ganz im Gegenteil. Ich habe für eine lange Zeit erfolgreich nicht über diese Dinge gesprochen und ich hoffe, ich kann damit weitermachen, nicht darüber zu sprechen, sagte er im Interview. Denn wenn er die Fragen beantwortet, könnte es sein, dass die Fans zu neuen Fragen übergehen, die noch schwerer zu beantworten sein könnten. Stattdessen deutete er an, dass sich bei Valve derzeit mehrere Singleplayer-Spiele in Entwicklung befinden. Außerdem hat Gabe über Cyberpunk 2077 gesprochen. Er sagt, er sieht auf Steam vor allem sehr zufriedene Spielerinnen und Spieler. Im Gegensatz zu den Konsolen hat der Launch auf dem PC weitgehend gut geklappt und das Spiel überzeugt dort zahlreiche Fans. Es gäbe Teile in Cyberpunk, die einfach brillant seien, sagt er weiter, und die beweisen, was für eine überwältigende Menge Arbeit die Entwickler geleistet haben, um das Spiel fertig zu stellen. Bei Naughty Dog wird vielleicht bereits fleißig am nächsten Spiel gearbeitet. Das legen ein paar Beförderungen und Umstrukturierungen im Studio nahe, aber auch der gesunde Menschenverstand, es sei denn, man geht jetzt davon aus, dass da erstmal im großen Stil Überstunden abgebaut wurden. Zwei Entwickler, die bisher als Lead Designer im Studio tätig waren, wurden im September zu Co-Game Directors befördert, was darauf hindeutet, dass sie diese Positionen für das nächste Projekt des Studios übernehmen werden. Außerdem hat der Senior Concept Artist Yong Nam einige interessante Fantasy-Designs auf seiner Artstation veröffentlicht. Das könnten natürlich private Projekte oder einfach nur so zum Spaß sein, vielleicht ist das aber auch unser erster Blick auf das, was uns demnächst von Naughty Dog erwartet. Gestern hatte ich euch darüber berichtet, dass Scarpa-Organisationen weiterhin PlayStation 5-Konsolen im großen Stil aufkaufen. Zuletzt hat eine Gruppe weitere 2000 Konsolen vom Händler Game aufgekauft. Der will jetzt gegen die Scarpa vorgehen und prüft alle Bestellungen. Alle Bestellungen, die in letzter Zeit getätigt wurden, sind ausschließlich Vorbestellungen, die noch nicht bezahlt wurden, lassen sich also von Seite des Händlers aus leicht stornieren. Bevor die einzelnen Bestellungen nicht überprüft wurden, wird auch keine Bestätigung versandt. Das war's wieder mit den News für heute. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Uploads oder Livestreams mehr verpassen wollt, wie zum Beispiel unseren großen Thing Livestream heute ab 16 Uhr. Im React sind heute Fritz, Jonas und Sputti für euch da und danach führe ich euch durch die Zukunft von MMOs, ESO, Monster Hunter und mehr. Das Ganze gibt's wie gesagt hier auf dem Kanal oder drüben auf Twitch unter Monsters and Explosions. Die perfekte Vorbereitung auf dem Stream ist natürlich noch dieses wundervolle Video über Lost Ark, das ihr definitiv unbedingt direkt gleich noch schauen solltet. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das gemacht habe, sondern weil's absolut objektiv betrachtet einfach ein wirklich gutes Video ist. Bis morgen, viel Spaß und guten Lut.